Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des GitHub-Classroom-Tutorials. Dieser Teil wird sich damit beschäftigen, wie Sie nun konkret mit dem Aufgaben-Repository arbeiten. Sie haben im ersten Tutorial gesehen, wie Sie sich einem Classroom zuordnen, Ihren Real Name dort auswählen und im Anschluss eine Aufgabe annehmen. Sie haben dort ein Repository erzeugt bekommen. Das ist das, was Sie hier im Browser sehen. Und mit diesem Repository werden wir nun arbeiten. Wie in dem Git- und GitHub-Tutorial gezeigt, kann man sich ja ein bestehendes Repository auf den eigenen Rechner klonen. Das heißt, eine lokale Kopie des Repositories erstellen. Dieses Repository hier, das lebt nämlich, wie man unschwer in der Urzeile erkennen kann, auf den Servern von GitHub. Und um damit arbeiten zu können, ist der Workflow in Git eben so, dass man das Repository zunächst lokal benötigt. Also man hat dann eines auf den Servern, das ist das sogenannte Remote-Repository und ein lokales Repository. Arbeiten tut man im Lokalen und dann werden die Änderungen, wann auch immer man das sozusagen für richtig hält, in das Remote-Repository wieder hinauf gepusht, sagt man, um sie dort einerseits quasi zu sichern. Sie liegen dann nicht nur mehr am eigenen Rechner. Und würde man kollaborativ arbeiten, dann können natürlich auch die anderen mit diesem Code dann entsprechend weiterarbeiten. Für uns mit GitHub Classroom ist das die Art und Weise, wie die Abgabe erfolgt. Das heißt, sobald es wieder auf den GitHub-Servern liegt, was man dort lokal gemacht hat, zählt es für die Abgabe. Man sollte das also nie vergessen und immer nachher hochladen. So, wie kriegt man jetzt dieses Repository in einem ersten Schritt auf den eigenen Rechnern geklont? Das könnte man jetzt natürlich in der Command-Line machen, so wie das in dem Tutorial gezeigt wurde. Aber wir werden da natürlich einen Client verwenden. Das ist die wesentlich komfortablere und auch schnellere Methode. Da gäbe es natürlich eine ganze Reihe von expliziten Git-Clients. Wir werden aber einfach implizit, so würde ich sagen, PHP-Storm verwenden. Das starte ich gleich mal im Hintergrund. Das ist ohnehin ja bereits unser Editor für die Aufgaben. Und dieses PHP-Storm kann alles, was Git betrifft, von Haus aus schon. Das heißt, man braucht sich eigentlich gar kein zusätzliches Tool mehr installieren. Kann das aber natürlich tun, wenn man das gerne möchte. Gut, also im ersten Schritt geht es darum, dass wir uns dieses Repository klonen. Und PHP-Storm zeigt dazu auf seinem Startscreen, wenn Sie den nicht sehen, weil Sie vielleicht ein Projekt offen haben, mit File-Close-Project, dieses Mal zunächst schließen, zeigt dort am Startscreen diesen Link Get-From-Version-Control an. Und den klicken wir an. Und da können wir jetzt einen URL zu einem Git-Repository einfügen und PHP-Storm kann den entsprechend klonen. Einfacher geht es aber, wenn wir hier links, Sie sehen es eh, da steht GitHub und auch GitHub Enterprise, wenn wir die Verknüpfung unseres GitHub-Accounts mit PHP-Storm herstellen. Denn dann zeigt uns PHP-Storm gleich alle unsere Repositories an und wir können sie mit einem Klick entsprechend klonen. Genau das werden wir machen, das heißt, ich gehe hier links auf GitHub, das ist kein Enterprise, sondern ein normaler GitHub-Account und ich sage hier Login via GitHub. Dann geht ein Browser-Fenster auf und das sollte der Browser sein, wo Sie bereits mit Ihrem GitHub-User eingeloggt sind. Authorizing GitHub. Und dann kommt genau diese Abfrage, die JetBrains IDE möchte sich gerne mit meinem GitHub-Account verknüpfen. Und man sieht auch, dass sie Organisationszugriff auf die Hypermedia-Organisation bekommt. Das ist so eingestellt, dass bei jedem gleich ein grüner Haken sein sollte. Dieser User gehört noch einer zweiten Organisation, da gibt es allerdings keinen Access, den könnte man anfordern, aber braucht man in dem Fall natürlich nicht. Bei Ihnen wird wahrscheinlich nur die eine Organisation dastehen. Das sollte so passen, das heißt, Sie sagen einfach Authorize JetBrains. Damit kann man den Browser schließen. Ich bin wieder hier. Ich gehe zurück zu meinem PHP-Storm-Fenster und jetzt sehen Sie, dass ich hier zwei Repositories sehe. Das untere, das Example-Repository, das ist das, mit dem ich in dem ersten Tutorial, in dem GitHub-Tutorial gearbeitet habe. Das gehört dem MTD-Example-Student 1, darum steht da nichts davor. Und das in der ersten Zeile, das gehört eben zu dieser Hypermedia-1-Organisation. Und das ist genau das, was wir da im Hintergrund im Browser sehen. Und das ist das, das wir jetzt haben wollen und das wir uns lokal klonen wollen. Und Sie sehen, er schlägt vor, Home, Ubuntu, PHP-Storm, Projects, Example 1, MTD-Example-Student. Das ist in Ordnung. Ja, Sie können das machen. Wir brauchen per se keinen Webserver. Das wissen Sie ja schon, weil wir noch lokal arbeiten. Das heißt, wir können auch alles lokal öffnen. Wenn Sie wollen, können Sie also in Ihrem Home-Verzeichnis, das ist jetzt das Image, das hier runter klonen. Sie können aber auch, ich kopiere mal vorsichtshalber den hinteren Teil hier raus, so. Sie können das aber auch in das Verzeichnis des Webservers legen, weil in dem Image, das ist ein Linux-Image, da läuft ein Apache-Webserver. Und unter var www.html, das ist das Verzeichnis des Webservers, des Apache-Webservers. Alles, was da drinnen liegt, kann man dann direkt im Browser über Localhost, das heißt, da brauche ich nicht mal per P-Storm, sondern da werkelt schon einen Webserver aufrufen, damit man, in diesem Ordner hat man aber keine Schreibrechte, dafür gibt es den Ordner Code. Das heißt, Sie können den Ordner Code auswählen. Sie sehen auch, da liegen schon zwei Beispiele drinnen für das zweite und dritte Semester. Sie können da das dann zum Beispiel einfügen und können hier einen Ordner machen, var www.html-code.example1 etc. Das heißt, wo Sie es hinklonen, das ist gar nicht wirklich so tragisch für das erste Semester, weil wir nicht zwingend den Webserver benötigen. Es ist vielleicht etwas einfacher, aber es ist auch kein Muss. Also Sie können auch ruhig den Standardordner beibehalten. Falls Sie nicht mit dem Image arbeiten, sondern auf Ihrem normalen nativen Betriebssystem unter Windows oder auch macOS, dann wählen Sie sich bitte einfach irgendein Verzeichnis, wo Ihre Hypermedia-Übungen zum Beispiel liegen und klonen es dorthin. Wenn Sie jetzt klonen sagen, dann sollte genau das passieren, was wir benötigen. Er sagt Cloning Source Repository. PAPStorm holt sich jetzt aus diesem GitHub Repository genau alle Daten, lädt die. Das dauert jetzt am Anfang zunächst etwas. Ich mache das Ganze mal Vollbild, damit es etwas größer wird. Und wichtige Tipps, Don't Show Tipps. Gut, und jetzt, wenn wir es aufklappen, sehen Sie, jetzt haben wir ein Projekt. Das heißt, genauso wie das Repository. Und da liegen jetzt, wenn Sie schauen, genau diese Files drinnen, so wie wir sie vom Webbrowser kennen. Da gibt es eine Readme-MD. So, liebes PAPStorm, bitte öffnen. Die Readme-MD, die genauso aussieht, wie das, was wir dort auf dem Webserver sehen. Da steht Example Exercise. This exercise requires you to do the following. Wir sehen das License-File und wir sehen die Git-Ignore. Und wenn wir nochmal zum Browser umschalten, das ist also genau das, was wir hier haben. Und jetzt haben wir also sozusagen eine lokale Kopie unseres Repositories hier herunten erzeugt. Man kann sich das auch hier unter den Dateien entsprechend anschauen, wenn man möchte. Ich habe das jetzt unter var.www. Das heißt, hier geht es unter andere Orte, Rechner, var. Wo sind wir? www.html-code. Und dort drinnen liegt jetzt diese Example-MCT-Example-Geschichte drinnen. Und Sie sehen, weil ich die versteckten Dateien angezeigt habe, falls Sie die Ordner, die mit Punkt beginnen, nicht sehen, kann man sich im Image hier verborgene Dateien anzeigen, auswählen. Da sieht man, das ist der ID-Ordner. Das ist quasi unser JetBrains-Konfigurations-Ordner. Und da ist dieser Git-Ordner, mit dem man eben sieht, ah, das ist also ein Git-Repository. Ja, somit haben Sie jetzt Ihr Projekt schon lokal auf Ihren Rechner oder in dieses Image hineingeklont. Und jetzt können wir damit arbeiten. Das Repository steht lokal. Es enthält eben, wie gesagt, die Files, falls es bei Projekten Starter-Code gibt, HTML-Dateien, JavaScript-Dateien, was auch immer, dann wäre der jetzt auch hier entsprechend im PHP-Storm zu sehen. Das heißt, das wäre jetzt alles hier in dem Projekt drinnen, sodass Sie damit loslegen können. Und wir werden das jetzt einfach mal machen. Wir machen da jetzt mal ein kurzes Beispiel. Ich klicke, so wie Sie das kennen von der Arbeit aus den vorigen Übungen auch schon, auf New und sage mal HTML-File und mache jetzt einfach mal eine Index.html, damit wir hier überhaupt mal eine HTML-Datei haben, also irgendetwas, das wir sehen können. Dann kommt gleich die Frage, möchtest du diese Datei zu Git hinzufügen? Ja, das kann man jetzt mit Add schon machen. Dann wird die neue Datei sofort hinzugefügt. Dann ist sie noch nicht quasi im Remote-Repository, sondern ist nur mehr quasi hinterlegt zum Hinzufügen. Das kann man, da steht hier, if you choose cancel, you can still add it later manually. Ich sage jetzt mal cancel, aber Sie können auch hier schon adds drücken, es ist kein Problem. Ich lasse es jetzt nur mehr weg zur Erklärung. Sie sehen nämlich dann, wo der Unterschied ist, in etwa wann eine Datei hinzugefügt ist oder nicht. Also ich sage jetzt mal hier mal cancel und wir haben hier jetzt eine ganz normale HTML-Datei, wie wir es kennen. Ich schreibe da jetzt einfach hinein, Example-File und einen Paragraph, damit wir etwas sehen. Hello World. Sie kennen das. Sie können das jetzt entweder hier mit PHP-Storm öffnen, den Chrome-Browser, dann macht das einen eigenen Web-Server. Auch das geht noch. Das heißt, ich hätte es eben, wie gesagt, nicht in das Web-Server-Verzeichnis legen müssen. Es gibt aber auch hier, weil es sich eben um ein vollständiges Linux-Image mit einem fixfertig konfigurierten Apache-Server handelt, gibt es auch unter Localhost, ohne diese Ports hinten, sehen Sie schon einen installierten Apache-2-Server. Und falls Sie sich erinnern, da gab es diesen Unterordner Code. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel, sobald ich den hier dazugebe, also Localhost slash Code, sehe ich zum Beispiel hier auch mein Example 1 MTD Student. Wenn ich das anklicke, komme ich auch auf mein Hello World. Das heißt, jetzt verwenden wir nicht den Web-Server, den das PHP-Storm für uns öffnet, sondern das ist der, der in dem Image automatisch rennt. Deswegen sehen Sie, ist es ganz praktisch, wenn man sowas hat, für die zweiten Semesterübungen, wo wir uns dann mit Server-Siting-Technologien beschäftigen, da wird das ganz, ganz wichtig für uns. Jetzt ist es nice to have, aber nicht unbedingt notwendig. So, ganz kurz zurück. Jetzt haben wir also eine Index-HTML erstellt und Sie sehen hier schon farblich hervorgehoben, dass, weil es sich um ein Git-Repository handelt und eben dieses File neu ist, dass es farblich anders hinterlegt ist. Und genau jetzt können wir eben diesen Punkt machen, wo wir sagen, okay, ich habe jetzt einen Index angelegt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, diese Index-Datei mal in meinem Git-Repository zu committen. Also, die quasi hinzuzufügen, damit sie fix in dem Repository mit all seiner History etc. existiert. Und Sie sehen hier unten, mit Alt 9 oder links unten gibt es einen Tab Git. Den kann ich aufklappen. Und dann sieht man hier drinnen alles, was sozusagen unser Repository betrifft. Wir haben hier die lokale Variante mit Main. Main ist übrigens unser Hauptbranch. Falls Sie das Git oder GitHub-Tutorial angeschaut haben, da war noch von Master die Rede. Mittlerweile heißen diese Branches Main. Das ist auf die Black-Life-Matters-Bewegung nicht zuletzt zurückzuführen, wo man irgendwie sich dann auch bewusst worden ist, dass Master ein Terminus ist, der historisch etwas belastet ist. Darum hat man sich entschieden, Branches seit Mitte dieses Jahres auf Main umzubenennen. Und Sie sehen, in unserem lokalen Repository sind wir hier in dem Main-Branch, wo wir einen Initial Commit haben, wo also ein paar Dinge drinnen sind, die sich sozusagen geändert haben. Und jetzt können wir hier in unserem Git-Repository diese neuen Dateien, die wir hier hinzugefügt haben, können wir jetzt ändern oder hinzufügen. Und jetzt müssen wir uns zunächst die lokalen Änderungen anschauen. Und diese lokalen Änderungen können wir jetzt hinzufügen. Und damit wir jetzt sehen, wo diese neue Index-HTML, die wir eben da hinzugefügt haben, wo die gelandet ist, müssen wir zunächst einmal in dem VCS-Dialog, also Version-Control-System, den Tab Commit auswählen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir hier eine Change-List, wo steht Unversioned Files. Das heißt, wir haben hier jetzt Dateien dabei, die nicht versioniert sind. Und das ist unsere Index-HTML. Und die können wir jetzt anhaken. Und das ist jetzt sozusagen das, was wir hochladen wollen. Und sobald wir committen, fügen wir die Datei unserem lokalen Repository hinzu. Und es ist gut und sinnvoll, dass man auch Commit-Messages schreibt, damit man später nachvollziehen kann, was habe ich in diesem Schritt gemacht. Ich schreibe die jetzt in Englisch, aber man kann die natürlich genauso in Deutsch auch schreiben. Das heißt, ich schreibe einfach mal hin, edit-index.html. Und jetzt sieht man hier, gibt es eine Option Commit. Man kann das auch aufklappen mit Commit and Push. Da komme ich später noch dazu. Aber ich sage jetzt einfach mal Commit. So. Und jetzt sehen Sie, die Change-List ist weg. Das kann man wieder schließen, beziehungsweise hatte ich es vorher überhaupt zu. Und jetzt, wenn Sie schauen, sehen wir hier, dass bei unserem lokalen Repository unter Main, neben dem Initial Commit, der vorher da war, jetzt edit-index.html steht. Wenn wir in unser Remote schauen, das können wir entweder hier machen, wo steht Origin Main, da steht noch der Initial Commit. Auch wenn ich hier in meinen Webbrowser gehe, zurück auf meine GitHub-Seite und hier einmal Reload drücke, dann sehe ich auch noch nichts. Da steht immer noch Initial Commit, diese Files, da ist noch keine Index.html zu sehen. Denn dieser Commit hat meine Datei nur lokal hinzugefügt. Das heißt, mein lokales Git-Repository, das enthält jetzt bereits einen Schritt mehr, ist also sozusagen einen Schritt vor meinem Remote-Repository, wo das noch nicht passiert ist. Das heißt, ich muss jetzt diesen Ausgleich, diesen Angleich noch machen. Ich muss also meinen Code vom lokalen Repository in das Remote-Repository hochladen. Und das mache ich, indem ich einen sogenannten Push ausführe. Damit kann ich die Files hochladen in das Remote-Repository. Und unter dem VCS-Dialog sehen Sie, gibt es den Eintrag Git und ich kann hier sagen Push. Und jetzt kommt die Änderung. Was haben wir sozusagen neu hinzugefügt? Und jetzt sehen wir, haben wir hier auch unter Remote, steht jetzt wieder Add Index.html. Hier steht es auch. Und wir sehen da zum Beispiel Origin und Main, die sind jetzt gleich. Das heißt, jetzt haben wir die Änderungen vom lokalen Repository in unser Remote-Repository hochgeladen. Und wenn ich jetzt auf den Browser gehe und Reload drücke, tadaa, da ist unsere Index.html. Und das ist sozusagen genau die Art und Weise, wie Sie arbeiten. Sie entwickeln lokal. Wenn Sie lokal zum Beispiel etwas ändern, dann committen Sie es zuerst. Und Sie können eine ganze Reihe von lokalen Commits machen. Sie müssen nicht nur einen und den dann pushen. Sie können auch zuerst zehn Schritte lokal committen und dann Push sagen. Dann werden diese zehn Schritte auch remote hinaufgeladen. Man muss nicht immer alles sofort ins Remote-Repository geben. Man kann zuerst wunderbar lokal arbeiten. Aber wenn man dann sagt, okay, es ist jetzt spät, ich lasse es für heute, dann schiebe ich es in das Remote-Repository, dann ist es gesichert. Und damit ist es auch sozusagen für die Abgabe ready. Weil ich als Lehrender sehe nur das, was Sie in Ihrem Remote-Repository auf GitHub haben. Das, was lokal auf Ihrem Rechner, in Ihrem Image ist, da komme ich nie hin. Das heißt, alles, was Sie sozusagen da entwickeln und nicht pushen, das bleibt mir für immer verborgen. Schauen wir uns das an. Man kann das auch in einem Schritt noch vereinfachen. Also sagen wir zum Beispiel, wir machen jetzt, weil wir das brauchen, eine JavaScript-Datei, New JavaScript-File, und ich nenne die einfach Main.js. Das ist meine Haupt-JavaScript-Datei. Und da fragt er jetzt wieder, möchtest du es gleich hinzufügen? Ich kann auch sagen Ja und sage jetzt Add. Dann ist es gleich hinzugefügt. Sie sehen, dann hat es eine etwas andere Farbe. Und wenn Sie jetzt auf den Commit-Dialog gehen, dann sehen Sie, jetzt haben wir hier schon ein Main-File, das steht nicht mehr unter Unversioned-Files, sondern das ist jetzt bereits hinzugefügt. Das heißt, das war, wenn Sie das Tutorial angeschaut haben, das Git-Tutorial, das war dieser Git-Add-Befehl. Damit ist es quasi, damit kennt Git jetzt das File schon, aber es ist noch nicht committed. Das heißt, es scheint noch nirgendwo in der lokalen Geschichte, in der Historie sozusagen auf. Deswegen, man kann entweder bei dem Commit-Dialog gleich das Unversioned-File committen oder man kann es zuerst hinzufügen und dann natürlich nach wie vor verändern und dann später committen. Es macht wenig Unterschied, wie man das eigentlich haben möchte. Ich gehe wieder zurück aufs Projekt. Wir haben jetzt hier eine JavaScript-Datei, die ich in meiner Index-Datei noch einbinden möchte. Das heißt, ich sage hier jetzt Script, Source ist gleich Main.js slash Script. Damit ist die JavaScript-Datei eingebunden. Die ist jetzt leer, die macht noch nichts. Und jetzt sehen wir aber Folgendes. Die Main.js, die ist hier als sozusagen neu hinzugefügte Datei gelistet. Die Index.html, die hat jetzt auch eine andere Farbe, weil wir haben sie ja modifiziert. Da hat sich ja so etwas getan sozusagen. Und diese beiden Änderungen, das quasi das Hinzufügen einer neuen Datei und das Verändern der Bestimmten, das wollen wir jetzt wieder committen. Und wir werden das jetzt auch gleich in einem Schritt machen. Das heißt, ich gehe hier wieder auf Commit. Und Sie sehen, jetzt kann ich auswählen, was möchte ich machen. Wenn ich sage, ich will jetzt nur die Main.js zum Beispiel committen, könnte ich auch nur die auswählen. Dann bleibt die Index noch nicht verändert und die könnte ich in einem zweiten Commit separat machen. Also man muss nicht immer alles zusammen machen. In meinem Fall möchte ich aber beide Dateien. Also ich möchte sozusagen die Änderung der einen und das Hinzufügen der neuen in einem Schritt machen. Ich gebe hier wieder einen Kommentar ein. Das heißt, in dem Fall Edit, da steht noch der vorige drinnen, Edit Main.js und updated index.html Da steht jetzt genau hier OneEdit, OneModified. Also man sieht genau, was passiert ist. Und jetzt kann ich hier entweder Commit sagen, dann ist es wieder im lokalen Repository committed und ich muss es mit einem Push noch extra wieder auf GitHub pushen oder ich wähle hier gleich bei diesem Pfeil Commit and Push und mache beides in einem Schritt. Also sozusagen ich füge das hinzu, ich update das, und sage Push und damit sehen wir jetzt wieder, dass es sozusagen im lokalen Repository Origin und Main sind wieder gleich und wenn ich jetzt hier in den Browser gehe und einen Reload mache, dann sehe ich, genau, wir haben einen Index, wir haben eine Main.js und wir haben beide Änderungen da drinnen. Man kann hier auch in GitHub, wenn man unter drei Commits hier zum Beispiel klickt, sieht man schön die Änderungen. Man kann hier genau wenn man draufklickt sehen, was hat sich verändert. Man kann genau sehen, wer hat das gemacht und so weiter. Das ist nicht uninteressant. Das heißt, jetzt haben Sie gesehen, ich arbeite einfach lokal, ich kann lokal committen, das hilft mir nämlich schon, weil es muss nicht immer alles in GitHub sein, wenn ich lokal etwas committe und dann zum Beispiel ein Problem besteht, dann kann ich auch lokal auf eine frühere Version wieder zurücksteigen, das geht jederzeit. Ich habe hier die verschiedenen Versionen und kann entsprechend hier revert commit zum Beispiel sagen oder reset current branch to here. Revert commit heißt, mach den ganzen commit rückgängig, dann ist er weg. Oder ich sage reset current branch to here, das heißt, spring bitte in diesem Branch an diese Stelle zurück. Das heißt, wenn Ihnen irgendwo ein Fehler passiert oder Sie wollen sich irgendwas in einem früheren Schritt nochmal anschauen, können Sie jederzeit auf eine frühere Version zurücksteigen. Das ist eigentlich das Spannende dahinter. Und jetzt ist es natürlich so, Sie arbeiten in diesem Semester primär allein, aber es soll vielleicht trotzdem noch gesagt sein, Sie können ja zum Beispiel auch auf mehreren Rechnern arbeiten. Also zum Beispiel nehmen wir an, Sie haben einen Standrechner und Sie haben einen Laptop und das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist am Standrechner passiert und Sie sind jetzt später mal am Laptop online, weil Sie kommen gerade nicht in das Zimmer mit dem Standrechner und Sie möchten jetzt hier weiter arbeiten. Dann wäre der Workflow, dass Sie auch am Laptop hergehen und am Laptop auch dieses Clone machen, so wie wir es gesehen haben, genau derselbe Prozess und Sie haben am Laptop dann genau denselben Stand, wie er auf GitHub war. Das heißt, Sie können dort wunderbar weiterarbeiten, überhaupt kein Problem. Angenommen, Sie hatten das schon gemacht, also Sie haben quasi sowohl am Standrechner als auch am Laptop beide Repositories schon geklont und Sie haben jetzt am Standrechner gearbeitet, das heißt, am Laptop existiert zwar das Repository, aber es ist von der Version her weiter hinten, weil da nicht die letzten Änderungen sind. Dann müssen Sie sich diese Änderungen herunterziehen, das heißt, klonen macht das Initial, aber um in ein bereits bestehendes lokales Repository von dem Remote Repository den letzten Stand zu holen, macht man einen sogenannten Pull. Das heißt, Sie gehen hier bei VCS und sagen Git Pull und dann ziehen Sie sich quasi von Origin, das ist sozusagen der Branch Main, auf dem Remote Repository, sagen Sie einfach Pull und er lädt das herunter. Sie werden jetzt sehen, all files are up to date, da hat sich nichts getan, weil es war ja am Remote Repository irgendwie nichts anders. Wir können das jetzt aber simulieren, ich gehe jetzt in den Browser, weil Sie können nämlich in GitHub durchaus auch Files direkt in den Webinterface editieren. also wir könnten jetzt zum Beispiel die Index HTML öffnen, kann ich hier anklicken, kann hier dieses Edit Symbol machen und schreibe Hello World p edit im Browser slash p ich drücke es noch rüber und wir sagen dort unten auch wieder Commit. Sie sehen auch hier, wenn ich irgendwas im Browser endere, ich muss einen Commit machen. Dieser Commit erfolgt allerdings natürlich nicht lokal, weil ich editiere es ja direkt am Server, sondern ist direkt am Server. Update index.html und vielleicht edit another line. So und Commit Changes direkt in den Main Branch. Zack. Damit haben wir hier jetzt, wenn wir wieder zurückgehen, sehen wir, da ist die letzte Endung, update index.html, wir haben jetzt diese Index Datei hier verändert. Davon weiß unser lokales Repository natürlich noch nichts und jetzt wird, werden wir sehen, jetzt wird der Pull, den wir hier machen können, vcs.git.pull, der wird jetzt hoffentlich was machen und zwar genau diese Änderung auch hier lokal runterladen. Jetzt beobachten Sie, was hier passiert, update index.html und wir sehen Edit im Browser und wir haben unseren Edit auch hier drinnen. Das heißt, das ist prinzipiell der Workflow, wie man auch kollaborativ arbeitet. Da macht man halt die Änderungen nicht im Browser, sondern jemand anderer pusht in dasselbe Repository gerade ein Update und damit Sie lokal dieses auch haben, müssen Sie einen Pull machen. Für Sie ist es vielleicht eben interessant, wenn Sie auf mehreren Rechnern arbeiten, mal auf diesen, mal auf diesen, bevor Sie weiterarbeiten, wenn Sie wissen, ich habe am anderen Rechner was verändert und habe das auf GitHub hinaufgepusht, gehen Sie bei dem neuen, bei dem Rechner, wo Sie dann weiterarbeiten, hin, machen Sie einen Pull, holen Sie sich die letzten Änderungen runter und arbeiten dann dort normal weiter. Also auch das macht diese GitHub-Habsache wesentlich einfacher. Ja, ganz kurz noch und dann sind wir für diesen zweiten Teil schon fertig. Was macht diese, dafür gehe ich wieder auf Project, was macht diese Git-Ignore-Datei? Diese Git-Ignore-Datei, da kann ich Dinge exkludieren und Sie sehen, diesen Ordnerpunkt IDEA, der steht schon standardmäßig so drinnen, der wird bei den meisten Aufgaben einfach drinstehen und Sie werden feststellen eben, Sie sehen, der ist in Ihrem Projekt ja drinnen, dieser IDEA-Ordner, das sind die Projekt-Settings von PRPStorm, wenn Sie aber da hineinschauen, da fehlt der, da gibt es keinen Punkt-ID-Ordner, das heißt, der wird nicht mit in Ihr Git-Repository committet beziehungsweise gepusht, damit er einfach nicht sozusagen stört. Wenn Sie sagen, ich möchte das Projekt auch mit dabei haben, dann können Sie die Git-Ignore-Editieren und diese eine Zeile rausschmeißen, dann haben Sie auch Ihre Projekt-Settings drinnen, aber es ist normalerweise ganz good practice, solche IDE-spezifischen Dinge nicht unbedingt in das Repository zu committen, vor allem weil das PRPStorm eher relativ schnell ein neues Projekt erstellt, beziehungsweise Sie haben es gesehen, wenn Sie sagen, Checkout from Version Control, kriegen Sie automatisch ein Projekt angelegt, das heißt, da brauche ich es nicht mit. Und wenn ich jetzt noch Dinge habe, die ich weiter nicht committen möchte, also stellen Sie sich vor, Sie wollen da zum Beispiel eine Datei hineinschreiben, wo Sie sich ein paar Notizen machen, Sie wollen aber nicht, dass die in dem Repository liegt, weil ich soll sie später nicht lesen, dann können Sie in dieser Git-Ignore, können Sie die editieren, können da zusätzliche Zeilen dazu schreiben, also zum Beispiel Notizen.txt, das speichern Sie Ihre Git-Ignore, Sie sollten dann auch nicht vergessen, die Git-Ignore, die hat sich natürlich jetzt auch geändert, die muss man auch committen, das heißt, auch hier würde man wieder auf den Commit-Dialog gehen, würde sagen, updated Git-Ignore, das mache ich jetzt mal nicht, der kurze Halber, und ich committe sie und pushe sie vielleicht auch und dann, wenn Sie jetzt dann eine Datei Notizen.txt hier anlegen würden, wo Sie sich Ihre eigenen Infos reinschreiben, dann ist Git-Ignore und lässt eben auch diese Datei weg, das heißt, wenn Sie einen Commit machen, scheint die nie auf, die wird gar nicht vorgeschlagen, damit stört einen die nicht. Das ist dann später vor allem interessant, wenn man mit Frameworks und Tools arbeitet, die vielleicht einen Haufen temporäre Dateien erzeugen, die man nicht da drin haben will, dann kommen die alle auf so eine Git-Ignore-Liste, die wird dann recht groß und umfangreich, aber erleichtert das Arbeiten ungemein. Okay, das war der Inhalt des zweiten Tutorials, Sie wissen also jetzt, wie man arbeitet mit dem lokalen und auch dem Remote-Repository, wie ich meine Änderungen hinauf bekomme. Das dritte und letzte GitHub-Classroom-Tutorial wird Ihnen noch ein paar Dinge zu den Feedback-Mechanismen zeigen, das heißt, wie können Sie, wenn Sie Hilfe benötigen, mit dem der Lehrenden in Kontakt treten, wie kann der, die Lehrende, Ihnen umgekehrt Feedback zu ihren Abgaben geben. Das wird Teil des dritten Tutorials. Wir sehen uns hoffentlich gleich. Danke vielmals. Danke vielmals.